hallo wie denn das kann ich das aufmachen das kann auch dann jeder aufmachen ja aber du hast deinen kupfer jetzt hast du vergessen ja das stimmt es ist blöd wie ja ich hab vergessen dass du da war so leute auf dem boden sofort hinlegen ich renne weg wie kann ich mich hinlegen ich bin am weg rennen kann es nur machen Häh wie scheiße nein ich hab ich spiele das Spiel heute zum ersten Mal das ist gewohne bei unserem Team es wurde K.H. Dienes A Ich spiele das Spiel heute zum ersten Mal ey Leute ey jedesmal dasselbe jetzt sind wir schon mal ein bisschen kaufen und dann äh egal was die was die was die fordern gebt ihnen die Schlüsse vom Auto nicht und schließt es ab ich hab's nicht abschließend ich hab mich gefällt ich will's grad abschließen bitte mach ruhig bitte mach ruhig Leute können die mich mal ein bisschen Mitleid haben ich spiele es heute zum ersten Mal das Spiel gut hinbekommt ihr so weit keine Reaktion der erste Störd zügelt es noch raus Hurensohn ey Leute ich spiele es heute zum ersten Mal ohne Mist jetzt könnt ihr mich mal bitte hier Leute ich spiele es zum ersten Mal bitte Leute ich spiele es zum ersten Mal bitte Leute ich spiele es heute zum ersten Mal können dann bitte mich in Ruhe lassen ich bin tot Leute 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 ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot